Grüß Seich! Grüß Seich! Mit zwei Winz, das war jetzt schnell! Das war jetzt schnell! Grüß... Alter, was? Was ist das denn? Ich muss los! Grüß Seich! Ein Heim im Sommer gibt's wieder... ...ein Spürgesessen! Oder? Ja! Spürgesessen sind... ...schwul! Das ist immer ein Geheimnis vom Arti auszubauen. Er schläft immer mit einer Stoffkuh. Und dann kuschelt er sich in ihre... Alter! Ein bissel Essen, aber... Nein, jetzt hab ich gerade was getan. Tschüss einmal! Was? Was? Oh! Viel Hennigs nehmen den Arsch halt! Ich hab mir einen Rasierkling für den Arsch! Das ist ja schon das Making Off für länger als das Video! Rühm reit! Wann wieder... Ah! Wann... Wann wieder jeder eine Kleinigkeit mitnimmt! Nochmal! Wann wieder... Nein! Was ist das mit dir? Er ist ja wurscht, was er tut! Wann wieder jeder eine Kleinigkeit mitnimmt! Was ist das mit der Betonung hier? Optimal, oder? Optimal! Wir haben so einen Nachdruck! On the edge! Was war jetzt der Problem, oder? Na, breit! Ja! Du bist nicht in deiner Rolle! Ja, das ist ja... Wie war denn? Ich hab mir den Arsch. Ich hab mir den Arsch. Ich hab mir den Arsch.